Dann höre ich mal ausnahmsweise auf dich. Ich dachte, man könnte. Von der Entfernung her sah das halt so aus, als könnte man. Gut, gib zu, das war leichter. Ja, ich habe den Eindruck, wenn ich das eine Mal vielleicht gedodged hätte, beim vorletzten oder sowas, hätte ich vielleicht schaffen können. Aber ich muss noch mal gucken. So, irgendwas, was ich ausstellen kann. Das weiß ich nicht, was es macht. Ich schalte es einfach mal aus. Vielleicht hilft das ja ein bisschen dabei, dass es flüssiger läuft. Das ist die Frage. Wo muss ich da wieder hin zurück? Da komme ich ja nicht wieder vorbei, behaupte ich jetzt einfach mal. Ah, läuft nicht flüssiger. Gehen wir mal die Schatten auch noch aus. Na gut. Oh, die schönen Bäume. Warum wird es hier nicht lila? Alles, was damit zu tun hat, was ich abgestellt habe. Ich hasse diese Kinder. Habe ich jetzt schon keinen Bock drauf auf die Welt, wo die vorkommen. Woops. Das war's für heute. Nur die Frage mit was. Ach, da oben ist das Nest. Halt. Was ist das denn jetzt? Ach, jetzt kann ich. Okay. Okay. Dann upgrade ich doch mal die Klinge, ne? So, sieht das mal noch nicht besonders aus, aber... Kann ich die jetzt irgendwie da oben einsammeln? Nö, ne? Nö. Das ist ja gemein. Da oben ist eine Flasche. Und hier sind noch Zähne. Oh, Moment, vielleicht. Aha. Bevor sie weg sind. Die drei werden es jetzt rausgehauen haben. Sag ich dir. Jeder Zahn zählt. Oh, 1, 2, 3, 4. Jetzt habe ich eine Vierer-Kombo und... Cooles Lila mit Blau. Äh, Lila, sag ich. Cooles Gelb mit Blau. Entschuldigung. Also Orange und Blau. Sehr nice. Ja, gucke ich gleich. Das ist der Mad Heather. So, hier irgendwo. Wo war das jetzt? Wale of Tears. Lookingglass Railway. Ah, ich war durch die Lookingglass. Halt, halt, halt. Ich... ...hab mich gerade etwas verloren bei der Kameraansicht. Wenn ich genau wusste, wo ich hin soll. Ah, da. Ich finde es nett, dass ich keinen... Ähm... Falscher anklick scheinbar. Ey. Höh. Ja, hier fliegt echt viel Scheiße rum. Pff. Ach. Oh. 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 Was ist der irgendwas? Gibt es hier nicht noch Teetassenmonster? Ach nein! Wie süß! Huch! Boah! Okay, hier fliegen auch die Köpfe. Das gute Geschirr. Alice can dodge enemies attack y'all. Ach, wirklich? Sollte ich dann vielleicht auch mal versuchen, na? Also das Kampfsystem ist definitiv etwas... ...etwas komplexer wie im ersten Teil. Was es aber nicht schlechter macht. Das ist halt mehr so ein bisschen im 20. Jahrhundert angekommen. Okay, ist nicht schlecht. Das System ist halt erwachsen geworden. Boah, wie viele Heilblumen hier sind. Gut. Da geht's zum Adheader. Bist du dir sicher, Blümchen? Was haben wir denn hier? Ähm... Dingens? Können wir Dingens anmachen? Jetzt weiß ich nicht, ob das... Vielleicht waren es die Shadows. Ich weiß nicht, was das da ist. Ich kann das da mal anmachen und mal gucken, ob's das war. Das war's nicht. Dann müsste aber das da gewesen sein. Was anderes habe ich eigentlich nicht ausgemacht. Gut, das ist Anti-Lasing, aber das sollte... Ah, ja! Aber das ist auf jeden Fall, ähm... Nett. Ja, es fühlt sich einfach irgendwie besser an, wenn man das so sieht. Oh, man kann in der Ansicht gar nicht springen. Ich verstehe. Okay. Lost and don't know where to go. Try shrink... They're using shrink where the violets grow. Naja, aber das weiß ich ja. Ja, ich hab schon gesehen, dass da... Okay, da kann ich auch lang. Jetzt gehen wir aber erstmal hier rein. Huch! Mehr nicht? Na gut. Huch! Ich muss die Zähnchen alle noch mitnehmen. Kann ich die kaputt machen? Ja. Ach! Die haben wir nicht? Ne. Ach! Ich weiß nicht, ich hab den Eindruck, da drüben geht's zum Matt Header, aber ich bin mir nicht sicher. Ich bin sicher. Du bist gekommen, auf den Weg, Alice. Du bist so. Du bist so. Ja. Du bist so. Wie gesagt. Aber ich bin so. Das wäre nicht so. Ich bin so. Du bist so. Das ist so. Ja, ich bin so. Du bist so. Du bist so. Ja, weiß ich auch nicht. Ist so ein Gefühl. Aber soll lauschen? Ist hier irgendwo eine Schnauze? So versteckt sind die jetzt nicht bisher. Aber das kommt, glaube ich, noch. Ja, ich glaube, das kommt noch. Dass es dann irgendwann mal schwierig wird. Uh, Körbchen. Dankeschön. So mag ich die Herzogin lieber. Ja, wenn sie uns Geschenke macht. Sonst ist hier nichts. Okay. Das sieht nach dem Zuhause des Madheaders aus. Aber man weiß ja auch nicht. Okay, mal schauen, ob die mich auch in den Wahnsinn treibt. Werden wir aber vermutlich erst nächsten Sonntag, frühestens nächsten Sonntag sehen. Jetzt holen wir uns erstmal ein Taxi. Okay. Das war's für heute. The Hatter's Domain, almost as I remember it. Appearances, as you know better than most, can be deceiving, Alice. Much has changed since your last visit. Dr. Bumby says change is constructive, that different is good. Different denotes neither bad nor good, but it certainly means not the same. Find the Hatter, Alice. He knows more about different than you. But does he know more about the difference between bad and good? Making friends, Alice. You're as randomly lethal and entirely confused as you ever were. I've managed without you so far, Cat. Return to whatever hovel's home to you. I'll call if I need you. Predictably rash. It's not a question of if, Alice. It's when. Now hold on and as they say, shut up. So typical. Das war ja jetzt gar nicht nett. Da ist ein Dodo vorbeigeflogen. Wir haben das Hatter-Outfit. I've made more graceful Entrances? I suppose I must be grateful, nothing's broken. Also Hatter-Outfit in Anführungsstrichen. Some vents need to be activated by turning valves. While on the vent, you can rotate, Alice. To exit the vent, press the base bar or simply move away from it. So ein Seampunk-Outfit. So cool. Ich finde es echt nice, dass sie, ich glaube, in jedem, in jeder Welt ein anderes Kostüm trägt. Vielleicht muss ich das nächste Mal mein Rechner neu starten. Der lief jetzt eine ganze Weile. Vielleicht sind dann die ganzen Ruckler so ein bisschen weniger. Die Frage ist... Ich muss hier raus. Okay. Ich bin mal gespannt. Ich habe noch so viele Tasten, die nicht belegt sind. Ob die denn auch mal alle benutzt werden, bei Gelegenheit. Vorsicht, Alice. Vorsicht. Vorsicht. Naja, ich sage es mal so. Es ist schön, wenig Tasten zu haben, aber wenn zu viele Funktionen auf einer Taste am Ende drauf liegen... Wenn ich eigentlich noch fünf frei hätte, finde ich Hain vom Spieldesign her etwas fragwürdig. Ich sage es ja. Oh, die haben Dodos. Ich guck erst mal. Erst mal gucken. Arme Dodos. Ach, wie gemein. Hier ist die Kamera starr. Da hat man nicht gesehen, dass da hinten noch ein Ding ist. Er kann, ne? Ah, das heißt Brathähnchen. Ich muss gestehen, ich habe ewig kein Fleisch mehr gegessen, an dem ich erkenne, welches Tier es mal war. Ja, also Hähnchen, McNuggets, ja, keine Frage, Hähnchenschnitzel, aber wenn ich dann so ein echtes Hinkel auf dem Tisch liegen habe, das finde ich ein bisschen merkwürdig. Ich weiß auch nicht, warum. Weil ich weiß tatsächlich jahrelang jetzt eher so halt Fischstäbchen, Fischfilet und sowas. Deswegen, also ich kaufe mir kein Brathähnchen. Was ich machen könnte, weil bei uns ist immer so Hähnchen fräht, jeden Freitag und Dienstag oder Mittwoch beim Edeka. Und das riecht immer super lecker. Schweineteuer, aber riecht super lecker. Habe ich schon ein paar Mal überlebt, äh, überlegt, aber, hm, weiß ich nicht. Ich habe, ah, ich wollte gerade sagen, ich habe, ich habe den gehört. Ich hoffe, die muss ich jetzt auch noch abschießen, die Glühbirnwürmchen. Ist das eigentlich richtig, dass ich hier langgehe? Wir können doch noch da durch, oder? Okay. Freunde sind immer gut. Boah, sind das Hänger. Verstehe ich gar nicht. Das ist von 2011. Wann reichne das von 2016? Also, ich müsste ihn auch mal wieder upgraden. Müssen wir erstmal ein bisschen Geld sparen dafür. Aktuell ist aber die Hardware noch so teuer. Corona sei Dank. Hehehe. Na, komm mal her, du. Und vielleicht hätte ich es einfach auf 1220 auf, äh, 700. Äh, 1280 auf 720 spielen sollen. Das stimmt. Sehr befriedigende Geräusche, das Massaker. Ich mache auch das Geräusch, wenn man die Zähne einsammelt. Ich bin ja eh so ein Geräuschfetischist. Nein. Äh, zu spät. Habe ich eigentlich irgendwas verpasst? Irgendwas Interessantes? Ich glaube es eigentlich fast nicht. Ich warte mal lieber. Das ist so ein cooles Kostüm, was ihr anhat. Ja, kommt mal her. Erstmal das Kleingeschmeiß. Also Combat macht hier so viel mehr Spaß. Ja, ich muss es sehr, ich kann das. Ich habe es Lego gemacht. Ich habe es eine Stufe, aber es wäre bez doch nicht mitdenken. Ich wollte ausweichen, war zu spät. Und mit, ähm, Zuckerdosendeckel. Oh, eine Statue von Matt Hatter. Die ist cool. Gerni Schnauze. Oh. Da ist sie nicht mehr, also muss sie hier irgendwo sein. Das ist merkwürdig. Warum geht das nicht bis ganz nach oben, die Streifen? Wo ist die Schnauze? Vielleicht doch eher hier. Wo ist sie denn? Ich höre sie hier am lautesten, und zwar auf rechts. Kann ich hier irgendwo rauf? Nein. Wie sie da jetzt hängen bleibt. Hier unten irgendwo. Da in dem Loch? Ich weiß, es gibt da welche, die sich in komische Löcher verstecken. Okay, Ju, erleuchte mich, bevor ich hier noch drei Stunden suche. Da unten in dem Loch? Da drin? Jetzt ist die Frage... Ah ja. Oh, da ist eine Plattform. Ah! Wo ist mir einer? Oh! My heart is open, Alice. Never closed. Never locked. It needs no key. Ich glaube, ich habe da oben vergessen, die Kisten aufzumachen. Ja, wir können doch mal sch... Die Frage ist, wo schaue ich das? Wie rufe ich dieses Menü zum Upgraden auf? Ach, da. Ja. Sorry. Nein, uns fehlt noch ein bisschen. Noch knapp 111 Zähne. Und ich habe da oben vergessen, die Dinger aufzumachen. Da komme ich jetzt aber vermutlich auch nicht wieder zurück. Ich muss mal gucken. Huh, huh, huh. Das war knapp. Na, versuche ich nicht. Habe ich jetzt voraussichtlich sechs Zähnchen liegen lassen. Es sind, glaube ich, immer so drei in so einer Box drin. Oh, das war knapp. Ja, schon wieder eine Schnauze. Die macht mir vermutlich den Weg freiführter hoch. Was ist denn das da unten? Ja, danke schön, Ju. Ja, danke schön. Schön,ик ciao. Ginsburg! Ich habe noch nicht nur auf die Zähne. Du sollst auf meine Tage kommen! Oh, ich komme doch wieder hin-zurück. Ich glaube, die Schnauze sind nicht hier drin. Die Schnauze sind nicht hier, die Wunderschöne, die Wunderschöne und die Wunderschöne von Barbary-Macaques sind, wenn die Wunderschöne entstehen. Ist die drin? Ich weiß, ob er hier irgendwo rechts ist. Hoch! Wenn sie so höher, will ich sie auch haben. Du glaubst aber, wenn ich dann eine halbe Stunde suchen muss. Hoch! Äh, werden wir sehen. Äh, wer will denn eine Bettpfanne freiwillig benutzen? Ein Plüschtier ist voll wichtig für ein Kind. Ah! Ist mir egal. Bettpfannen sind eklig. Ich höre schon wieder eine Schnauze. Wie viele sind denn hier? Ach, da unten fliegt sie. Kann man da runter? Ich glaub's ja eher nicht so. Das ist so ein bisschen wie die Speicherpunkte bei Alien Isolation. Dann werde ich jetzt auch so voll drauf auf das Grundschen getrimmt. Ja eben, man nimmt doch ein Kind sein Plüschtier nicht weg, wenn's wichtig ist. Ich liebe dieses Outfit. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall könnte ich das ganze Spiel das tragen. Na ja. Ich find das vom... Aus dem Meer finde ich ein bisschen... Naja. Aber ist halt nicht so meins. Also vom Stil her nicht so meins. Kann ich eigentlich selber speichern? Schau nicht so aus. Woher weiß ich, dass das Spiel gespeichert hat? Ja, ist nicht so mein Stil. Ich bin halt dann doch eher der Steampunk-Fan. Weil eigentlich möchte ich ganz gerne Schluss machen. Frage ist... Kann ich einfach Schluss machen? Ach, hier sind die Teekern. Das ist das neueste von Apple. Der iPod. Hahaha. Ah. Nein, ich wollte es anvisieren, damit ich... Ach ja, so war das. Ach ja, so war das. Oh, die können aufschießen, ja. Ich erinnere mich. Ich glaube, sie konnten es auch schießen. Ja, konnten sie auch. Au. Na, ich gehe aus dem Modus raus. Na, ich gehe aus dem Modus raus. Oh, nein. Ich habe ja auch mal versucht, die Kleinen loszuwerden. Ich will noch mal was dran lassen. Ich frage mich, warum ich das mit dem Ausweichen immer wieder vergesse. Ich bin einfach doof, bin ich euch deswegen. Okay, das Spiel hat gespeichert, weshalb ich sagen würde, dass ich für heute Feierabend mache. Ich habe schon wieder ein bisschen überzogen und nächsten Sonntag können wir dann mit zwei weiteren Szenen, was haben wir, die Pfeffermühle upgraden. Ich habe schon sieben von vierzehn Schnauzen gefunden. Das ist aber alles Chapter 1, was ich da finden kann. Das wären sonst zu wenig Schnauzen im ganzen Spiel. Denke ich doch, oder? Das ist ein Chapter. Gut. Sehr schön. Ich habe mir schon ein bisschen Gedanken gemacht. Ich bin gespannt, wie viel ich verpasst habe. Vermute ich eine ganze Menge. Nicht nur an Szenen, sondern auch an Memories. Bei den Schweineschnauzen weiß ich es jetzt noch nicht so. Ich meine zumindest, es gehört hätte ich so. Mit den Schnauzen geht es so. Habe ich doch... Okay, da habe ich noch keine verpasst. Aber ich glaube, bei den Memories habe ich einige verpasst. Vermutlich schon am Anfang, wo ich dachte, ich könnte irgendwie außenrum an dieses eine Schlüsselloch dran. Hätte ich vielleicht irgendwie anders versuchen sollen. Naja. Ich habe mir ja auch nicht auf die Fahne geschrieben, dass ich das zu 100% durchspiele. Ich nehme alles mit, was ich finde. Und bei den Schnauzen kann ich sehr penetrant sein. Im Zweifelsfall muss mir einfach You helfen. Ganz einfach. Ja, habe ich mal was gedacht. Ja, ja, machen wir hier zu. Ich bin Hauptsache, wir haben Spaß und wir finden alle Schnauzen. Das ist für mich das Wichtigste. Die Schnauzen.